Seit dem Dezember 2020 haben Mieter einen Anspruch darauf, bauliche Veränderungen zur Barriereduzierung, zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur und zum Einbruchsschutz durchführen zu dürfen. Was das bedeutet, darum geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. Im Dezember 2020 trat nicht nur eine Reform des Wohnungseigentumsrechts in Kraft. Im gleichen Zuge trat im Mietrecht eine Vorschrift in Kraft, nach der Mieter einen Anspruch auf die Durchführung bestimmter Baumaßnahmen haben. Damit soll in einzelnen Bereichen der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen werden. Zunächst besteht ein Anspruch der Mieter darauf, Einbauten zur Barriereduzierung durchzuführen. Gemeint ist damit ein behindertengerechter Umbau. Er soll dem Gebrauch der Wohnung durch Menschen mit Behinderung dienen. Beispiele hierfür sind eine Verbreiterung von Türen, der Umbau eines Badezimmers oder die Absenkung von Arbeitsflächen in der Küche. Auch kann der Mieter den Einbau einer Ladesäule für sein Elektrofahrzeug verlangen. Hier geht es vor allem um eine sogenannte Wallbox, die entweder in der Tiefgarage oder an der Fassade angebracht wird. Und letztendlich kann der Mieter verlangen, dass Einbauten zum Einbruchschluss durchführen darf. Das sind zum Beispiel einbruchshemmende Fenster oder eine Sicherheitstür. Allerdings hat der Mieter keinen Anspruch auf alle Maßnahmen. Denn es kommt auf eine Interessenabwägung an. Der Vermieter kann zum Beispiel einwenden, er möchte die Substanz des Mietobjekts bewahren. Das ist umso wichtiger, je größer die Baumaßnahme ausfallen soll. Als weiteres Kriterium ist zum Beispiel die Bauzeit genauso relevant wie die Frage, ob der Vermieter dadurch ein erhöhtes Haftungsrisiko hat. Das kann zum Beispiel beim Rollstuhllift im Treppenhaus der Fall sein. Selbst wenn der Vermieter den Baumaßnahmen grundsätzlich zustimmt, bedeutet das nicht, dass der Mieter einfach darauf losbauen darf. Denn der Vermieter kann zum Beispiel verlangen, dass der Einbau nur durch einen Fachhandwerker durchgeführt wird. Gleichzeitig besteht für den Vermieter die Möglichkeit, eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Erforderlich dafür ist allerdings, dass diese mit dem Mieter vereinbart wird. Wenn der Vermieter also eine Sicherheitsleistung wünscht, muss er sich mit seinem Mieter darüber einigen. Unter Umständen treten durch den Betrieb der neuen Anlagen höhere Stromkosten auf. Daneben muss die eine oder andere Einrichtung auch einmal gewartet werden. All diese Kosten hat natürlich der Mieter zu übernehmen. Zieht der Mieter später aus, kann der Vermieter grundsätzlich den Rückbau der Einbauten verlangen. Diese Rückbauverpflichtung ist allerdings dann eingeschränkt, wenn sie für den Mieter treuwidrig ist. Gemeint ist damit, dass der Einbau eine Wertverbesserung darstellt, deren Entfernung nur mit einem erheblichen Kostenaufwand möglich ist und letztendlich dazu führt, dass dadurch das Mieterobjekt einen schlechteren Zustand bekommt als vorher. Zieht der Mieter Zieht der Mieter